Herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du wieder dabei bist. Auf diesem Kanal erwarten dich regelmäßig Videos mit Tipps und Tricks, welche dich mit Plan dein Online-Business auf Instagram starten lassen. Damit du kein Video mehr verpasst, klicke jetzt auf Abonnieren. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ansehen. Schaue dir das Video unbedingt bis zum Ende an, damit du nichts verpasst. Was musst du beachten, wenn du bei Instagram mehrere Konten nutzen willst? Grundsätzlich ist es natürlich möglich, bei Instagram mehrere Konten zu haben. Dies empfehle ich auch immer, wenn jemand ein Instagram-Profil für berufliche Zwecke nutzen möchte, jedoch auch einiges privat teilen möchte. Es wird immer einige Dinge geben, die man selbst nicht auf seiner Business-Seite haben möchte, aber gerne mit Familie und oder seinen Freunden teilen will. Du willst bei Instagram mehrere Konten mit derselben E-Mail-Adresse erstellen? Das ist kein Problem. Mit einer Mail-Adresse kannst du bis zu fünf Accounts erstellen. Wir schauen uns etwas später noch genauer an, wie du bei Instagram mehrere Konten mit einem Gerät unkompliziert zwischen den Accounts hin- und herswitchen kannst und die Verwaltung der Konten somit um ein Vielfaches einfacher ist. Instagram mehrere Konten mit Facebook verknüpfen oder die Verknüpfung wieder aufheben. Es kann durchaus vom Vorteil sein, wenn du dein Instagram-Konto mit Facebook verbindest und somit umso leichter gleichzeitig auf beiden Plattformen etwas posten kannst. Bitte vergiss nicht, dass du die Verbindung nur von Instagram zu Facebook erstellen kannst und nicht umgekehrt. Wenn du nun von Instagram mehrere Konten mit einem und demselben Facebook-Profil verknüpfen möchtest, musst du wie folgt je Account vorgehen. Zuallererst musst du Instagram auf deinem Smartphone öffnen. Gehe jetzt auf dein Profil, indem du unten rechts auf dein Profilbild klickst. Wir wollen nun in die Einstellungen gelangen. Hierfür tippst du auf die drei Striche oben rechts und suchst den Punkt Einstellungen. Suche dir nun die Kategorie Konto. Es öffnet sich eine neue Auflistung. Halte Ausschau nach dem Punkt in anderen Apps teilen. Hier siehst du nun eine Auflistung von den verfügbaren Apps, die du mit Instagram verknüpfen kannst. Wir möchten unser Konto jetzt mit Facebook verknüpfen, weshalb wir das nun auswählen. Gebe nun deine Logindaten ein, gehe auf Weiter und dann bestätige die Einrichtung. Nun kannst du bei deinem nächsten Story oder bei deinem nächsten Beitrag, den du postest, diesen auch direkt auf Facebook teilen, ohne es nochmals manuell alles in Facebook hochladen zu müssen. Mache das einzeln für jeden Account, bis du bei Instagram mehrere Konten mit deinem Facebook-Account verknüpft hast. Nun kann es natürlich vorkommen, dass du diese Verbindung irgendwann wieder lösen möchtest. Sei es, dass du nicht mehr auf Facebook mit posten möchtest oder somit die Verknüpfung überflüssig ist oder aber ein neuer Facebook-Account, den du nun mit deinem Instagram-Account verknüpfen möchtest. Um die Verknüpfung zu Facebook aufzuheben, gehst du wie folgt vor. Du gehst wieder auf dein Profil, suchst dir die drei Striche oben rechts und wählst die Einstellung aus. Nun geht es wieder in den Punkt Konto, in anderen Apps teilen. Wähle jetzt wieder Facebook aus und suche dir unten den Punkt Kontenübersicht. Dort wirst du nun deine Konten und Profile sehen, sowie die verknüpften Funktionen verwalten können. Tippe nun auf dein Konto, suche das verknüpfte Konto heraus, tippe es an und wähle Aus Kontoübersicht entfernen aus. Bestätige die Auswahl mit Weiter und nochmals mit dem blauen Button unten, wo dein Profilname steht, und danach entfernen. Instagram mehrere Konten mit Facebook verknüpfen oder diese Verknüpfung wieder zu lösen, ist sehr unkompliziert und wirklich einfach durchzuführen, wie du gerade mitbekommen hast. Klicke nach dem Video unbedingt auf den Link in der Videobeschreibung, um dir deinen Platz für ein kostenloses Strategiegespräch rund um deinen Instagram-Account zu sichern. Du kannst mir alle Fragen stellen, die du hast, und wir schauen zusammen, wie wir dich weiterbringen und wie du bestmöglich durchstarten oder dein Profil voranbringen kannst. Mit einem Gerät auf Instagram mehrere Konten verwalten. Du hast die Möglichkeit, auf deinem Smartphone oder in deinem Browser am PC mehrere Konten anzumelden und somit schnell und unkompliziert zwischen ihnen hin und her zu switchen. Lass uns das einmal für dein Smartphone durchgehen. Hierfür musst du wieder in die Einstellung gehen, wie wir es uns eben schon angesehen haben. Jetzt gehst du aber nicht auf Konto, sondern scrollst komplett bis nach unten und suchst dir den Punkt Konto hinzufügen oder wechseln. Dort siehst du dein jetziges Profil, womit du angemeldet bist und das Plus, wo Konto hinzufügen steht. Tippe dort nun rauf und wähle aus, ob du ein bestehendes Konto anmelden oder aber ein neues Konto erstellen willst. Wenn du ein neues Konto erstellen möchtest, kannst du nun einfach den Anweisungen folgen und hast somit ein neues Profil erstellt. Wenn du dich bei einem bereits bestehenden Konto anmelden möchtest, musst du nun die Login-Daten eingeben. Je nachdem, welche Verifizierung du hast, musst du dies auch noch vollenden und nun hast du bei Instagram mehrere Konten angemeldet, zwischen denen du nun easy hin und her wechseln kannst. Hierfür hast du mehrere Möglichkeiten. Du kannst unten rechts bei deinem Profilbild mit zweimaligen schnellen Tippen direkt zum anderen Profil wechseln oder aber du gehst auf dein Profil und tippst oben auf deinen Benutzernamen. Nun öffnet sich die Auflistung, wo du alle angemeldeten Profile sehen und diese dann auswählen oder auch direkt von dort aus ein neues Konto hinzufügen kannst. Vom Browser aus ist es fast wie am Smartphone. Hier wählst du oben rechts dein Profilbild aus und gehst auf den Punkt Konto wechseln. Nun wählst du in den Kästchen bei bestehendem Konto anmelden aus. Gib deine Login-Daten ein, bestätige diese und wähle nun, ob deine Login-Daten gespeichert werden sollen oder auch nicht. Hat alles funktioniert, ist dein Account hinterlegt und du kannst auf dein Profilbild klicken, nochmals Konto wechseln auswählen und dann in der Auflistung das passende Profil auswählen. Bitte beachte hierbei jedoch, wenn du die zweistufige Autorisierung aktiviert hast, ist es möglich, dass Instagram dich jedes Mal beim Wegsehen nach dem Sicherheitscode fragt. Lass mich doch gerne in den Kommentaren wissen, ob du bei Instagram mehrere Konten nutzt. Vielen Dank, dass du dir das Video bis zum Ende angesehen hast. Ich freue mich, wenn du mir ein Feedback unter diesem Video darlässt. Vergiss nicht, auf den Abonnieren-Button zu drücken, um kein Video mehr zu verpassen. Klicke jetzt auf den Link in der Videobeschreibung und sichere dir sofort deinen Platz für ein kostenfreies Strategiegespräch. Wir schauen uns zusammen an, wo du stehst und wie wir dich noch weiter nach vorne bringen können. In diesem Gespräch kannst du mich alles rund um das Thema Instagram fragen und was dich dabei beschäftigt. Du hast noch keinen Instagram-Account? Kein Problem! Trag dich jetzt für ein gratis Strategiegespräch ein und wir erarbeiten den bestmöglichen Start für deinen Instagram-Account. ... ... ...